Ja, Grüß euch Leute, hier spricht Ouroboros und heute haben wir ein sehr interessantes Thema und zwar geht es hier um die sogenannten vier Zeitalter. Ihr wisst ja selber, im hindustischen Raum existieren Überlieferungen, wo von vier Zeitaltern gesprochen wird. Und zwar fangen wir direkt an. Das gleiche gibt es natürlich auch auf dem europäischen Mythologien, sag ich mal. Und zwar nennt sich das das goldene Zeitalter, silbernes Zeitalter, brunsines Zeitalter. Eines haben sie noch dazu gefügt, dieses heroische Zeitalter, aber das spielt keine Rolle, weil das gehört nochmal nicht dazu. Und dann gibt es noch diesen eisernes Zeitalter. Das heißt, diese vier Zeitalter existieren auch auf dem europäischen Kulturgut und das bekannteste ist natürlich bei den Hinduisten. Da gibt es das so genannte Satya-Yuga, Treta-Yuga, Duva-Para-Yuga und die karlige Yuga-Zeitalter. Yuga-Zeit nenne ich das. So, da fragt man sich natürlich, was hat das Ganze zu bedeuten, Leute? Warum wird seit ältesten Zeiten über die Zeitalter gesprochen? Und warum werden diese Zeitalter immer wieder mit Katastrophen in Verbindung gesetzt, gebracht, sag ich mal. Und es gibt sogar Symboliken dafür, wie diese Zeitalter enden, von einem Zeitalter zum anderen. Werden zerstörerische Kräfte wach, die die menschlinische Situation immer wieder, ja, wie soll ich sagen, immer wieder niedermachen, reduzieren, sag ich mal. Dass der Mensch immer wieder von einem Zeitalter zum anderen von neuem anfangen muss, sag ich mal. So, lesen wir erstmal vor, was die einzelnen Weltzeitalter dazu bedeuten haben, Leute. Das Satya-Yuga ist der erste der vier Yugas. Es ist eine Zeit der großen spirituellen Wachstums und der Erleuchtung, in der die Menschen in Harmonie mit der Natur und miteinander leben, während dieser Zeit so nicht die Menschen der Wahrheit und Rechenschaftheit verschrieben haben. So, das ist das goldene Zeitalter, sag ich mal. Und was steht bei den goldenen Zeitalter, bei den Europäern? Diese nun lebten wie Götter von Sorgen befreit, das Gemüte, fern von Mühen und fern von Trübsal, lastendes Alter, treibst sie immer an Händen und Füßen, die nehmen mich immer. Freuten sie sich bei Gelagen, erdrückt stets jeglichen Übel. Wie von Schlimmer bezwungen, verschieden sie, keines der Güter musste sie Frucht gab, bla bla bla. Also, das heißt übersetzt hier nichts anderes, dass dieses goldenen Zeitalter ein, ja, ein Beispiel dafür war, dass die Menschheit sogar mit ihren Göttern, sag ich mal, zusammengelebt haben. Da gab es keine Sterblichkeit, sie hatten Essen und Ende, sie mussten nicht arbeiten. Und selbst wenn sie gestorben sind, nach tausenden von Jahren, dann wurde ihre Seele, sag ich mal, ausführungszeichen, von den Göttern zu etwas Besonderes gemacht. Das heißt, sie sind nicht einmal gestorben, sondern sie lebten sozusagen so eine Art Engel immer noch unter uns und helfen uns sozusagen angeblich. Aber interessant, dass all diese guten Dinge, was in der goldenen Zeitalter passiert ist, auch in den anderen Kulturen vorkommen. Das heißt, auch bei den anderen Kulturen existieren ja auch diese vier Zeitalter und das ist eigentlich ähnlich, Leute. So, schauen wir mal die silberne Zeitalter. Das wird ja immer krasser jetzt hier. Die Kindheit der silbernen Menschen dauerte ein ganzes Jahrhundert. Die Lebensspanne der Erwachsenen war dafür relativ kurz. Diese zweite Geschlecht wurde von Zeus allerdings schon bald wieder vernichtet, da es ihnen in Frömmlichkeit mangelte. Sie waren mutwillig untereinander und kannten keine Ehrfurcht für die Götter. Nach ihrem Ende wurden die silbernen Menschen zu seligen Toten in der Unterwelt. So, was steht das hier bei den hinduistischen Vierzeitaltern? Das heißt, dass die silberne Zeitalter ist diese sogenannte Treta-Yuga. Das Treta-Yuga ist das zweite der Vier-Yugas. Es ist eine Zeit der großen, spirituellen Niedergang, in der die Menschen materialistischer und egoistischer werden, während dieser Zeit so nicht die Menschen, dem Reichtum, dem Macht verschrieben haben. Also es ist interessant, dass es etwas ähnliches ist, Leute, so wie bei den Europäern. Und das heißt, dieses Wissen muss ja wild sein. Das heißt, es stammt weder von den Hinduisten ab oder es stammt weder von den Europäern ab, sondern wir müssen irgendwie eine gemeinsame Quelle haben, wo sie sozusagen diese Geschichte jemanden umnahmen. So, was haben wir jetzt auf der bronzenen Zeitalter? Das Dvrapa-Yuga ist das dritte der Vier-Yugas. Es ist eine Zeit großer spirituellen Erneuerung, in der sich die Menschen ihrer spirituellen Natur bewusster wären, während dieser Zeit sollen sich die Menschen dem Wissen und der Weisheit verschrieben haben. Aha, interessant. Jetzt schauen wir mal, was bei den Europäern da stand. Das darauffolgende Bronzemenschengeschlecht widmet sich völlig dem Krieg, der Stärke und der Gewalt. Alles ist aus Bronze gemacht, sowohl die Waffen als auch die Häuser, doch alle Kraft und Gewalt bringt weder Dauer noch Ruhm und die Einschlangen sinken hinab in die düstere Hades. Also hier sieht man schon ein bisschen Unterschied. Bei den Yugas, hinduistischen, wird diese bronzenen Zeitalter als ein erneutes Wachen der Spiritualität des Menschen, dass der Mensch sozusagen wieder zu sich kommt. Aber bei den Europäern ist eher, dass irgendwie die Menschheit sozusagen in die kriegerische Art gefallen ist. Also sehr interessant. Und jetzt das Wichtigste, Leute, diese Yuga-Zeitalter, also diese Kali-Yuga, in dem wir uns jetzt befinden, nochmals, in dem wir uns jetzt befinden, jedenfalls nach diesen Schriften. Und wenn ihr auf die Welt guckt, dann sieht es wirklich so aus, dass wir wirklich schon in diesem letzten, dieser Zeitalter leben, Leute. Das Kali-Yuga ist das vierte und letzte der vier Yugas. Es ist eine zeitgroße, spirituelle Dunkelheit, in der sich die Menschen mehr auf materielle Bestrebungen konzentrieren. In dieser Zeit sollen sich die Menschen dem Vergnügen und dem Genuss verschrieben haben. Also das heißt übersetzt, der Mensch ist selbstsüchtig, sie sind kriegerisch. Das heißt einfach, das Schlechteste, was es überhaupt gibt, was der Mensch ist, sage ich mal. So, was haben wir jetzt hier, was steht hier bei diesem Europäischen? Ein bisschen schwer zu lesen, weil das irgendwie so ein bisschen Gedichtes geschrieben muss. Bald missachten sie auch die Erzeuger, die Altersgebeugten, schmähen die Armen sogar. Mit kränkenden Reden, sie tradeln, frebeln, immer gedenktes Gericht der Götter, sie lohnen niemals wohl die Eltern, den Alterspfleger, bla bla bla. Also das heißt das Gleiche hier, das heißt diese Dunkelzeitalter, dieses Kali-Yuga ist ja das eiserne Zeitalter, in dem wir uns befinden. Und die Menschheit wird immer schlechter, das heißt, die sind schon in ihrem dunkelsten Ende angekommen, sage ich mal. Da sind die Yugas, Leute, da sind die Yugas. Es ist auch interessant, es ist auch interessant, wenn wir bei den Majas sind. Es gibt ja auch die noch übrig gebliebenen Schriften von denen, ihr wisst ihr selber, damals haben wir die Jesuiten, sagen wir mal so, die katholische Kirche, wo die bei den Azteken waren, die ganzen Schriften von ihnen einfach verbrannt, Leute. Und einige wenige sind übrig geblieben, durch Überlieferungen wurden sie natürlich viel aufgeschrieben. Aber ich sage mal so, viele haben ja gedacht, viele haben ja gedacht, dass diese Maja-Kalender ist ja berühmt, wegen 2012, ihr wisst ja selber, die Menschen haben ja gedacht, dass 2012 die Erde untergeht, die Menschheit wird ausgerottet. Aber Leute, aber Leute, aber Leute, das Problem, dass das alles Missverständnisse sind. Diese Maja-Kalender beschreibt keine Zerstörung, dass das alles zerstört wird, für immer und ewig. Nein, ich lese euch mal etwas kurzes vor. Der Maja-Kalender vorher sagte, dass die Welt von Neuem beginnen und nicht enden würde, wenn eine rätselhafte Gottheit namens Bolon-Yokdo-Ku Raum und Zeit in Ordnung bringen und den Kosmos regenerieren würde. Jetzt kommen wir langsam in den Mittelteil. Ihr wisst ja selber, ihr wisst ja selber, ihr kennt ja mal die Theorie, dass wir so eine Art Zeitschleife leben, in einer Zeitschleife, in dem alle Lebewesen beinhaltet sind. Das heißt, die ganze Geschichte, was hier passiert, alles drumherum und das sogar sogenannte Zeitart existieren, innerhalb dieser Zeitschleife. Und ich würde euch gleich mal erklären, was ich angestellend weinen will. Und da fangen wir direkt mal an, Leute. Ich habe ein schönes Bild zusammen gemalt. Das wollte ich euch mal zeigen. Ihr seht ja selber, ich habe diese ganzen Zeitalter hier aufgetan, diese goldenen Zeitalter, das ist ja diese Satya Yuga von den Hinduisten. Aber jetzt, Leute, habe ich auch die Elemente, Elemente, Luft, Erde, Wasser, Feuer oder umgekehrt drei Folgen, das ist mir egal. Ich werde euch gleich mal erklären, was damit zu tun hat. Diese Elemente, diese Theorie, wo das herkommt, mit diesen Elementen, ist ja schon uralt. Das geht ja so bis zum alten Griechenland, wo Plato, Aristoteles gelebt haben. Und selbst dieses damaliges Denken über diese Elemente, es geht ja nicht darum, die Theorie der Stoffbildung, sondern diese Elemente beziehen sich auf noch uraltere Quellen. Das heißt, uraltere Quellen, von woher immer das kommt, Leute. Jetzt muss ich euch meine Theorie, nochmal, es ist nur eine Hypothese, eine Theorie von mir, die wiederum mit diesem Zeitaltern zu tun haben. Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, dass diese vier Elemente Bezug auf die vier Zeitalter haben. Jetzt werden sich viele fragen, was meint ihr jetzt damit? Sagen wir mal so, sagen wir mal so, dieses goldenen Zeitalter hat mit der Luft zu tun. Das heißt, am Ende dieses goldenen Zeitalter ist was passiert, ist was Schreckliches passiert. Und ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas mit der Luft was zu tun gehabt hat, ist nur eine Theorie, Leute. Irgendwas mit der Luft zu tun gehabt hat, dass es irgendeine, so ein, ja wie soll ich sagen, so eine Seuche war, die Luft war für Seuche und die Menschen sind gestorben, die übrig geblieben sind, ne, zum nächsten Zeitalter. Das heißt, der Mensch ist dann sozusagen vom goldenen Zeitalter, vom wunderschönen, schönes Leben, durch eine Naturkatastrophe, was immer da passiert ist, sind die eliminiert worden und sind sozusagen vom schönen Leben auf die Tatsache runtergekommen, dass sie wieder selbst arbeiten müssen, dass sie alles selbst machen müssen. Das ist die silberne Zeitalter, die wir darum symbolisch, dieses Element Erde, gehe ich davon aus, dass das mit der silbernen Zeitalter zu tun hat, weil am Ende dieses Zeitalter gab es einen riesigen Erdbeben, einen riesigen Erdbeben, wo die Zeitalter endet, sage ich mal. Es endet ja nicht so, dass ja keine Menschen nixieren, sondern es gibt eine zerstörerische Kraft, das alles zerstört, Gebäude, viele Menschen sterben da, so. Dann gehen wir durchlaufen in das nächste Zeitalter, es ist die bronzene Zeitalter, da haben die Menschen auch gelebt, bla bla bla, ihr kennt ja die Geschichte vom Noah, ein bisschen Sintflut und ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, dass dieses Zeitalter, das Noahs Zeitalter, durch Wasser, durch eine Sintflut zerstört worden ist. Genauso wie es in der Bibel steht heute. Das heißt, die Sintflut gab es ja wirklich, es gibt ja so wissenschaftliche Analysen, die gesagt haben, dass es so eine weltweite, wirkliche Sintflut gegeben hat. Und ich gehe davon aus, dass dieses Zeitalter mit dem Element Wasser damit zu tun hat, weil Wasser ist ja Sintflut gewesen, durch Wasser sind die Menschheit sozusagen umgekommen. So, durchgreifend sind wir jetzt in dem Zeitalter, wo wir sind, wo wir jetzt leben. Das ist dieses Kali-Yuga-Zeitalter, Leute, Jungen sagt schon. So, welchen Element hat dieses Zeitalter, in dem wir existieren? Es ist Feuer. Und wenn wir die alten Geschichten, Mythologien voraussagen, voraussagen heißt, irgendwelche Hellseher, Prophezeien von alten Leuten wie Nasrhodamus oder wie die alle heißen Leute, die sagen ja immer wieder, dass diese jetzige Zeit durch Feuer ausgelöscht wird, durch Feuer. Das heißt, es wird einen Weltenbrand geben. Diese Welt, diese Kali-Yuga-Zeitalter wird am Ende durch Feuer zerstört werden. Und wenn wir die ganzen Geheimgesellschaften gucken, Geheimgesellschaften, wir reden ja nicht von einer Freimaurerei, sondern es gibt noch ultra-religiöse Menschen, sag ich mal, die unbedingt diesen Weltenbrand auf die Erde bringen wollen. Und wie kann das sein? Ist das vielleicht durch, Ausführungszeichen sag ich mal, durch Atomwaffen und durch andere Waffen, die den gesamten Kosmos hier ins Brand setzen. Es gibt ja sogar Waffen, die im Stande sind, die Sauerstoffanteile dieser Welt in Brand zu setzen. Also es gibt schon Waffen, die die Welt in Flammen setzen können. Also, was heißt das übersetzt? Dass die sogenannten Elemente, am meisten kennt ihr diese Elemente ja im Bereich Alchemie, sag ich mal. Da gibt es ja so viele, es geht ja darum, um die Stoffe, um Stoffbildung, wie man, sagen wir mal, aus Eis und Gold herstellen kann. Diese Alchemie, sag ich mal. Aber, wie gesagt, das hat aber weniger damit zu tun, es ist auch kein philosophisches Etwas, sondern ich gehe davon aus, dass diese Elemente, diese viele Elemente mit diesen Zeitaltern zu tun, weil im Ende eines jeden Zeitalters, am Ende jedes Zeitalters, kommt einer dieser zerstörerischen Kräfte und eliminiert die Menschheit, damit sie in das nächste Zeitalter wandern, die überlebt haben. Und dann bauen die wieder was Neues auf. Und am Ende der Zeitalter werden sie wieder durch ein bestimmtes Element, sagen wir mal hier, bei einem bronzenden Zeitalter, war ja das Sintflut gewesen. Und ich sag mal, aus silberneren Zeitalter gab es einen riesigen Erdbeben, auch die Symbolik der Erde, sag ich mal. Und bei uns, in diesem jetzigen dunklen Zeitalter, gehe ich davon aus, dass das durch eine Art Weltenbrand zerstört wird. Und es ist auch interessant, Leute, es ist ja auch interessant zu wissen, dass, wenn wir vom goldenen Zeitalter anfangen, die Menschheit, nochmal, die Menschheit immer tiefer fällt, immer tiefer. Es gibt hier kaum was Schönes, was wieder was Schönes aufgebaut haben, oder dass es wie so eine Art goldenen Zeitalter war. Nein, die Menschheit fällt immer, immer tiefer in die Zeitalter. Bis zum letzten ist das tiefste Punkt der menschlichen Art, sage ich mal. Dass der Mensch geistlich und moralisch am Ende sein, das verstand ich, sage ich mal. So, jetzt kommen wir wieder auf religiöse Basis. Darum zeige ich euch mal kurz ein Video, damit ich euch erklären kann. Wie ich gesagt habe, der Ouroboros ist ja das Symbol der ewigen Wiederkehr. Die ewige Wiederkehr heißt, die Zeit dreht sich zurück zum Anfang. Die Zeit dreht sich wieder zurück zum Anfang. Das heißt, die Menschen, die ein bisschen spirituell veranlagt sind, oder insulterisch veranlagt sind, die gehen ja davon aus, dass das goldene Zeitalter demnächst kommt. Dieses Wassermann-Zeitalter, was weich war. Aber das wird nicht kommen, Leute. Das ist ein riesiger Betrug, weil diese Zeitalter, in dem wir uns befinden, endet damit. Ihr seht ja diese Uhr. Diese Uhr, wenn ihr das anschaut, seht ihr selber, sagen wir mal, der Zwölf ist das Ende. Das heißt, wenn diese Zeitalter vorbei ist, wird hier alles enden. So, was passiert dann? Was passiert dann? Dann, die Mechanismus, in dem wir uns befinden, ihr müsst das technisch sehen, also wenn ich das rede. Dieser Mechanismus, die Uhrzeiger, dreht sich zurück. Dreht sich zurück zum Anfang. Und der Anfang ist das goldene Zeitalter, das Paradies, in dem der Mensch mal gelebt hat, Leute. So, und all die Schriften, all die Mythologien, all diese Gedanken basieren am Ende auf das Himmelreich, auf das goldene Zeitalter, wo der Mensch wie ein Gotteswesen war. Und darauf beziehen sich alle Religionen. Und das Interessante ist, das Interessante ist, ich habe ja gesagt, dieses goldene Zeitalter, es geht ja nicht durch, dass man am goldenen Zeitalter landet, sondern die Zeit selber dreht sich zurück zum Anfang. Jetzt zeige ich euch erstmal ein Video. Hier seht ihr in Saudi-Arabien den Kaaba und die Leute, die sich jetzt um den Kaaba herumdrehen. Aber schaut euch das jetzt gleich mal an, Leute. Da sage ich gleich mal was. Ihr seht den Würfel, den schwarzen Kaaba-Würfel. Und jetzt schaut mal, wie sich die Menschen drehen. Die drehen sich nicht auf die richtige Uhrzeigericht, sondern die drehen sich gegen die Uhrzeige Sinn, weil, ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen, aber weil, wenn man davon ausgeht, dass das die Würfel die Zeit darstellt, eine Art Computer, eine Zeit, in der wir allexieren, dann ist das symbolisch gemeint, dass sie die Zeit zurückdrehen wollen. Die drehen die Zeit zurück zum Anfang, zum Paradies, zum goldenen Zeitalter. Es ist nichts anderes, als dieser symbolische Wert von diesen Leuten, die um den Kaaba herumlaufen, gegen die Uhrzeige sind, weil, wie ich gesagt habe vorher, die Zeit dreht sich wieder zum Anfang, wenn es geendet hat. Dann möchte ich euch noch kurz was vorlesen. So, Moment, wo ist das? Die vier Yuga sind ein wichtiger Teil des Hinduismus. Und es wird angenommen, dass sie sieglische Natur sind. Jedes Yuga soll tausende von Jahren dauern und es wird angenommen, dass sich der Zyklus immer wieder wiederholt. Die vier Yugas repräsentieren einen Zyklus von spritteurem Wachstum, Niedergang, Erneuerung und Dunkelheit. Nach den hinduistischen Schriften und Mythologie ist das gegenwärtige Universum dazu bestimmt, vier große Epochen zu durchlaufen, von denen jeder einen vollständigen Zyklus kosmischer Schöpfung und Zerstörung darstellt. Die hinduistische Mythologie befasst sich mit Zahlen, die groß genug sind, um sich fast unmöglich vorzustellen. Bla, bla, bla. Hindus glauben, dass sich das Schöpfungsprozess in Zyklen bewegt und dass jeder Zyklus vier große Yugas oder Epochen der Zeit und weil der Prozess der Schöpfung zyklisch und nie endet, wichtig, nie endet, ist, beginnt er zu enden und endet, um zu beginnen. Wahnsinn. Wie ich gesagt habe, wie ich gesagt habe, sind die vier Yuga-Zeitalter, wenn ihr diesen Hakenkreuz seht, hat es nichts mit dem dritten Reich zu tun, sondern es ist ein buddhistisches Zeichen, also ihr seht ja selber, es ist ein buddhistisches Zeichen und die beziehen sich auch auf die vier Zeitalter, das ist mit den Punkten hier dargestellt und ihr seht ja, dass dieses, ah ja, es dreht sich, es ist eine Drehung und dadurch werden auch die Zeitalter belebt, in denen wir existieren, vom Goldenen, wo das Paradies dargestellt wird, bis zum Ende, Kalijua-Zeitalter der Hölle, sage ich mal. Und wenn es endet, durch einen Weltenbrand, dann geht die Zeit, rückwärts zum Anfang zurück, zum Anfang. Und von da aus beginnt das ganze Miss von vorne, Leute. Es ist das Zeichen des Ouroboros, wie ich immer gesagt habe in alten Videos, es ist das ewige Wiederkehr des Gleichen. Was heißt das übersetzt? Das heißt übersetzt, dass der Mensch, wie ich in alten Videos gesagt habe, innerhalb dieses Systems gefangen ist, das heißt, jeder Mensch kommt immer wieder auf seinen ursprünglichen Platz wieder zurück. Wenn wir gestorben sind, sagen wir mal, wir sind gestorben, die Zeitalter endet durch den Weltenbrand, durch den Krieg, was auch immer und die Zeit dreht sich wieder zum Anfang, zum goldenen Zeitalter, wo alles angefangen hat, wo sozusagen Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben oder gestürzt in die dunkleren Zeitaltern, symbolisch gesagt. Das heißt, es fängt an vom Guten und endet am Ende am schlimmsten und dann geht dieses Anzeiger wieder zurück zum Anfang und dann beginnt es von vorne, Leute. Erstaunlich, erstaunlich. Ich kann es aber auf jeden Fall sagen, dass all diese Geschichten, Mythologien, Glaubenssachen, vom Christentum bis zum Judentum, vom Buddhismus bis zum Islam eigentlich das Gleiche beschreiben. Das beschreiben die Leute. Nochmal, diese Tatsache wird beschrieben und die Tatsache, dass wir jetzt im dunkelsten Zeitalter leben, am Ende dieses letzten Zykluses, wie lange das dauert, sagen wir mal hingestellt, kann ja noch ein paar hundert Jahre dauern, kann auch schon in ein paar Jahren zu Ende sein, das spielt keine Rolle, sondern die Geschichte wird enden, Leute. Egal, was für mächtige Wesen hier sitzen und dieses Zeitalter beherrschen, die wissen selber, dass sie am Ende auch sterben müssen und ihre Hoffnung für diese Menschen ist, dass die Zeit sich zurückdreht zum Anfang und irgendwann tauchen die wieder auf, wenn die im Kali-Yuga-System sind, sag ich mal, werden wir auch wieder auf der Weg, wie wir waren und alles wiederholt sich immer, immer wieder. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, so wie es die Bibel beschreibt und das ganze System beruht eigentlich, ja, es ist nichts anderes als ein Riesemechanismus, in dem wir uns befinden, das immer wieder abläuft und das sind die Zeitalter, Leute, das sind die Zeitalter von der Antike, wo die Menschen sozusagen glücklich waren, im Paradies, das Goldenen Zeitalter, man muss sich das mal vorstellen, in der Goldenen Zeitalter waren die Menschen unsterblich fast, fast unsterblich, die wurden nicht 80 Jahre alt, sondern die wurden ja hunderte Jahre alt und selbst, als die gestorben sind, gab es eben so einen Mechanismus, wo diese Menschen sozusagen ihre Seele, ihr Dasein, ihr Bewusstsein sozusagen behalten durften und sie wurden sozusagen so eine Art engelhafte Wesen, die dann im, die dann den unter, ja, untergehenden Menschen sozusagen geholfen haben oder helfen, aber es ist interessant, Leute, sehr, sehr interessant, was es für Sachen gibt und am Ende kann man auf jeden Fall sagen, wir befinden uns am Ende der Zeitalter, keine Ahnung, wie lange es dauert, aber, wie ich euch schon gesagt habe, es wird enden, Leute, einen Moment, einen Moment, was mache ich jetzt hier, das muss ich noch akzeptieren, zum Beispiel, ihr seht ja diesen, Pentagramm, sag ich mal, und es ist wichtig zu wissen, es sind ja, es sind hier im Moment, Pentagramm, das war 5, nicht 5, sollte nicht so sein, was ich euch damit sagen will, ihr kennt ja die 3, 2, 3 Ecke, die miteinander sind, dann ergibt das ein Pentagramm, wie wir müssen euch vorstellen, der Mensch, wenn er vom paradiesischen Zustand fällt, fällt er in das unteren Bereichen, also in den dunkleren Ebenen, Leute, wenn man vom paradies runter geht, wird das immer dunkler, deswegen ist ein Dreieck nach unten, immer nach unten, so, wenn die Zeit sich wieder zurückdreht, ist das Dreieck nach oben, das heißt, wo alles angefangen hat, es ist ein unglaubliches System, in dem wir uns befinden, eine Zeitschleife, von einer Zeitschleife, es gibt wirklich nichts Neues, Leute, es gibt andere, die behaupten, ja, es kann doch nicht sein, äh, das ist doch alles, nur Science Fiction, nein, wenn es alles Science Fiction wäre, ne, warum stehen diese Sachen, überall, in allen Kulturen, wirkt diese Dinge vermittelt, und ich hoffe, ihr habt einigermaßen verstanden, was ich meinte, mit diesem System, was ich euch vorgesagt habe, dass wir innerhalb von diesen sogenannten Weltzeitaltern leben, von dem einzigen Guten, das goldene Zeitalter, keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, auf jeden Fall von einem bestimmten Punkt aus, ist irgendwas passiert, das wiederum auf bestimmte Elemente zurückgeht, das heißt, jedes Element, gehe ich davon aus, bezieht sich auf einem Zeitalter, und durch bestimmte Elemente, sind diese Welten, diese Zeitalter, zerstört worden, Leute, ja, was soll ich dazu noch sagen, also, wie gesagt, interessante Thematiken, in diesen ganzen Zeitaltern, und, ja, ich würde mal sagen, macht euch Gedanken darüber, bis dann, und ciao.